Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3371 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe einen Ort des Friedens gefunden, an den ich immer wieder zurückkehre. Wenn ich allein sein möchte. Ich habe einen Ort des Friedens gefunden, an den ich immer wieder zurückkehre, wenn ich allein sein möchte. Ich habe einen Ort des Friedens gefunden, an den ich immer wieder zurückkehre, wenn ich allein sein möchte. Ich denke, jeder versteht jetzt, wie wichtig es für unser Unternehmen ist, diesen Kundenauftrag zu erhalten. Ich bin der Pilot und bringe die Passagiere sicher ans Ziel. Heute sind die Wetterbedingungen hervorragend. Ich bin der Pilot und bringe die Passagiere sicher ans Ziel. Heute sind die Wetterbedingungen hervorragend. Ich muss mich vor dieser Übung wirklich konzentrieren, damit es funktioniert. Meine Kamera ist immer griffbereit. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Die Milch schmeckt heute anders. Ist das eine neue Sorte? Die Milch schmeckt heute anders. Ist das eine neue Sorte? Die Milch schmeckt heute anders. Ist das eine neue Sorte? Ja. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Rainer spielt Gitarre. Manchmal singt er auch Texte, die er selbst geschrieben hat. Er würde gerne in einer Band spielen. Rainer spielt Gitarre. Manchmal singt er auch Texte, die er selbst geschrieben hat. Er würde gerne in einer Band spielen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Familien sind das soziale Zentrum unserer Gesellschaft. Hier unterstützt man sich gegenseitig. Familien sind das soziale Zentrum unserer Gesellschaft. Hier unterstützt man sich gegenseitig. Jetzt funktioniert es wieder. Ich habe mich an das Passwort erinnert. Jetzt funktioniert es wieder. Ich habe mich an das Passwort erinnert. Willst du mal probieren? Wie schmeckt es dir? Ich habe es selbst gemacht. Wir treffen uns einmal im Monat zum gemeinsamen Backen und Kochen. Wir treffen uns einmal im Monat zum gemeinsamen Backen und Kochen. Die Rezepte finden wir im Internet. Wir treffen uns einmal im Monat zum gemeinsamen Backen und Kochen. Die Rezepte finden wir im Internet. Der Online-Kontakt mit den Großeltern ist für unsere Tochter sehr wichtig. Der Online-Kontakt mit den Großeltern ist für unsere Tochter sehr wichtig. In Sachen Internet kann ich noch viel von meiner Tochter lernen. Sie weiß einfach mehr als ich. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich habe hier einen kleinen Snack für dich. Ich habe hier einen kleinen Snack für dich. Ich habe hier einen kleinen Snack für dich. Von diesem Medikament haben wir nur noch eine Flasche. Die nächste Lieferung kommt erst am Freitag. Von diesem Medikament haben wir nur noch eine Flasche. Die nächste Lieferung kommt erst am Freitag. Hier sehen Sie die Umsatzentwicklung des letzten Quartals. Es ist nicht so gut gelaufen, wie wir gehofft hatten. Hier sehen Sie die Umsatzentwicklung des letzten Quartals. Es ist nicht so gut gelaufen, wie wir gehofft hatten. Die Bühne ist lila beleuchtet. Die Bühne ist lila beleuchtet. Unser Fußballverein hat wieder gewonnen. Es fehlen nur noch drei Punkte zum Pokalsieg. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.